Ja, und damit herzlichst Willkommen zum Frage- und Antwort-Video. Im 500er Abonnenten-Spezial habe ich euch ja mal dazu ermuntert, Fragen drunter zu stellen, die ich dann hier einfach beantworte und da sind jede Menge Fragen zustande gekommen. Das freut mich absolut. Ach, herrlich, ich liebe es. Danke, danke, danke. Gut, fangen wir mal ganz unten an bei Schmidi-Herzog-Dragon. Der hat mir gleich mal zwei Fragen gestellt, eigentlich sind es drei. Na, es sind zwei und eine Erweiterung natürlich noch dazu. Die Frage Nummer eins von ihm, warum hast du dich entschlossen, Let's Plays zu machen? Ja, entschlossen letzten Endes habe ich mich eigentlich dazu, weil ich das Spezial-Video, das 100er, von Utwin gesehen habe und er damals dann gesagt hat, naja, einfach mal mit Let's Plays anfangen. Warum denn nicht? Mal schauen, wo die Reise hinführt. So in dieser Art und Weise, ne? Nicht wortwörtlich jetzt. Und da dachte ich mir dann eigentlich, ja, warum denn eigentlich nicht? Hast du jetzt nichts Besseres zu tun? Versuch's einfach mal, anstelle immer wieder zu sagen, Das kann ich auch, das könnte ich besser oder so. Ja, das war eigentlich der Hauptgrund. Utwin ist schuld. Hm, also, wenn dir jemand die Schuld geben wollt, dann Utwin. Dann die Frage Nummer zwei. Wo und wann wurdest du geboren? Also, ich wurde in einem Krankenhaus geboren und das am 12.12.1980. Soll ich jetzt noch dazu sagen, wo das Krankenhaus steht, in welcher Stadt? Das ist ein Würzburg. Ich bin ja mal nicht so. Ja, ich bin ein Mähbrunzer. Ach, ich liebe diesen Begriff. Wobei es einige gibt, die das nicht so toll finden, warum auch immer. Aber das sind so Sachen, woran ich mich eigentlich noch nie so aufbringen konnte. Ja, im 500er-Video habe ich es ja eigentlich schon mal gesagt. Ich habe leider keine Camp, deswegen wird es mit Facecam nix. Das ist diese Erweiterung hier unten. Natürlich wäre cool, wenn ich das mit Facecam machen könnte. Ja, es steht ja dran, wenn du das machen könntest. Also, ich habe leider keine. Und jetzt extra deswegen eine zu holen. Mal gucken beim 10.000er vielleicht. Dann werde ich mir da sicherlich mal eine zugönnen. Also, ja, mal, 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 nichts verschreien. Nichts verschreien. Das ist immer wieder das Tödlichste. Wenn ich irgendwas verschreie, geht es eh schief. Dann wollte der werte Goldkoloss 180 wissen, bist du endlich mit Odwin zusammen. Ähm, wir haben da leider noch so ein kleines Thema, was abgearbeitet werden muss. Und zwar, wenn die Zombie-Apokalypse mal kommt. Und einer von uns beiden wird infiziert und wird zum Zombie. Giltet dann eigentlich diese Aussage, bis der Tod euch scheidet? Ich meine, als Zombie ist man ja eigentlich... Man lebt ja irgendwo ja noch weiter. Man ist zwar ein Untoter, aber man lebt ja weiter. Und jetzt dann zu sagen, wie der ist tot, das wäre ja diskriminierend. Das geht ja gar nicht, ne? Das steht ja mal außer Frage. Aber die Frage ist, sind wir dann immer noch ein Pärchen so zusammen? Müssen wir dann immer noch zusammenleben? Und dürfte dann der Zombie den anderen auch infizieren? Oder ist das unmoralisch? Dürfte aber allerdings der Uninfizierte den Infizierten töten? Oder wäre das dann ebenfalls unmoralisch? Das sind so schwierige Fragen. Die müssen wir unbedingt mal bei 7 Days to Die klären. Ja, ich glaube, das müssen wir tun. Und erst wenn diese Frage beantwortet ist, naja, es gibt noch weitere Fragen. Wer von uns beiden darf die Rolle des Mannes übernehmen? Wer muss die Rolle der Frau übernehmen? Ich meine, einer muss immerhin kochen, putzen, waschen, bügeln, das Haus aufräumen, sauber machen und so weiter und so fort. Ich meine, hallo! Oh mein Gott. Naja. Okay, und die dritte Frage vom Werten Goldkoloss ist, kennst du die Halo-Reihe? Ja, kenne ich. Und hast du sie schon mal gespielt? Nö. Ja, ich kenne Halo wirklich nur so vom Namen her. Ich würde den Helm wiedererkennen, wenn ich ihn sehe. Und an den Namen des Schiffes würde ich mich auch nicht mehr erinnern. Ähm, USMC irgendwas? Ähm, worum es bei Halo geht. Typen mit schweren Waffen schießen auf Typen mit ebenfalls schweren Waffen und man springt lustig durch die Gegend. Ich kenne Halo wirklich nur vom Hörensagen her, vom Spieletitel. Ich habe die Covers mal gesehen, ich habe mal ein paar Werbungen dazu gesehen, aber ansonsten kenne ich Halo wirklich total nicht. Ja, Asche über mein Haupt. Es ist eine Schande, muss ich wirklich zugeben. Und ich wollte es eigentlich für dieses Video wirklich noch nachholen. Allerdings, nein, die Wahrheit ist, ich kenne es nicht. Ich kenne es, also was heißt, ich kenne es schon, wie gesagt, vom Titel her, aber ansonsten kenne ich das Spiel an sich überhaupt gar nicht. Krass, oder? Ja, solche Menschen wie mich muss es auch noch geben. Oh, äh, die andere Frage habe ich ja vom Werden-Gold-Kolosse übersehen. Was hast du für Hobbys? Ähm, also Fahrradfahren, wobei Fahrradfahren ja auch eher Sport ist. Ähm, Billiardspielen, Kegeln, sowie Modellflugzeuge. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Aktiv wird Billiardspielen betrieben mit Neunerball. Die anderen beiden Hobbys, Kegeln und Modellflieger, sind so ein bisschen eingeschliefert worden. Das liegt allerdings daran, dass meine Kumpels letzten Endes auch nicht mehr so die Zeit haben. Bei dem anderen ist jetzt Familie auf dem Weg und Modellflugzeug ist halt ein teures Hobby, muss man einfach dazu sagen. Und wenn dann Familie on way ist, ähm, muss man die Prinzipien so ein klein wenig, äh, umstellen. Und dann läuft das halt nicht mehr so. Und alleine dann den Flieger in den Himmel zu starten, ist zwar auch noch eine tolle Angelegenheit, aber es wird nach einer Zeit lang noch ein bisschen langweilig. Ich hoffe, dass man bald wieder mal zusammenkommt und dass wir das einfach weiter treiben können. Wäre schön. Tolles Hobby. Aber wie gesagt, sau teuer. Ja, dann der Kevin Scheffel hat eine riesengroße Reihe an Fragen hier gepostet. Und die erste von ihm ist STRG plus C. Nein, STRG plus STRG V ist gleich... Hm, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, das ist auch die höhere Mathematik. Und das hatte ich nicht. Aber STRG plus STRG V ist gleich STRG hoch 2 CV. Ich weiß nicht, ob das STRG hoch 2 stimmt. Das müsste eigentlich STRG, STRG CV sein, ne? Was ja nur ein Plus ist. Hoch 2 kann es ja nicht sein. Oder bleibt es einfach nur STRG V C, äh CV? Hm. Man könnte allerdings fast meinen, er hat die Fragen, die er mir hier unten gepostet hat, kopiert. Weil, wenn ich so überlege, STRG plus C ist ja eigentlich Copy und STRG V ist Einfügen. Ah, hat er sich aber nicht viel Arbeit gemacht. Naja, er hat zumindest eine oder andere Frage umgearbeitet und woher er diese ganzen Fragen hat, werde ich jetzt mal nicht erwähnen, dass er die schon bei Udwin geschrieben hat. Nee, nee. Also, Kevin, ich verrate es nicht, dass du die von Udwin hast. Okay. Allgemein, für was kannst du dich faszinieren? Hm. Schwierig. Eigentlich für vieles, woran ich, oder womit ich dann auch viel Spaß haben kann. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Für, äh, ja, ich meine, äh, Modellbau zum Bleistift, ja, da kann ich mich eigentlich total für faszinieren. Macht ja auch sehr viel Spaß. Ähm. Also, es müssen nicht immer nur die angenehmen Sachen sein. Bei mir auf Arbeit zum Beispiel die Großanlage, die da aufgebaut wurde, für die kann ich mich auch, ähm, von vorne bis hinten durchgehen, faszinieren, auch wenn das wirklich extremste Arbeit ist, da dran zu arbeiten. Zumindestens zu reparieren. Ähm, ja, eigentlich für vieles, wofür ich mich dann, äh, auch Spaß haben kann. Das ist so das Wichtigste. Spaß muss dabei sein, ansonsten werde ich mich dafür nie faszinieren können. Formel 1 zum Beispiel. Dafür kann ich mich auch unbedingt faszinieren. Fasziniert mich, sagen wir es mal so rum. Was beruhigt dich? Kaffee und sanfte Musik. Da darf es dann gerne auch mal klassische Musik sein. Das, und dann beruhige ich mich in der Regel schon wieder. Was auch hilft, ist einfach mal 5 Minuten irgendwo hingehen, sich hinzusetzen, und dann darf aber auch keiner kommen und irgendwas wollen und einfach mal tief durchatmen. Wirklich, das wirkt wahre Wunder. Hast du Angst, durch Killerspiele zum Massenmörder zu werden? Ja, ich habe Angst. Deswegen habe ich mir extra Counter-Strike mal geholt, auf meinem Rechner installiert und habe es 1-2 Minuten gespielt, damit, wenn das irgendwann mal der Fall ist und man bei meinem Rechner nachschaut, dass man sagen kann, oh, er hat 2 Minuten Counter-Strike gespielt. Kein Wunder, dass er durchgedreht ist. Äh, ja, schon klar. Ähm, Okay, was sind No-Gos für dich? Massenmörder zu werden, das ist ein absolutes No-Go für mich. Warum habe ich mir dann Counter-Strike geholt? Ach, Mist, ich wusste, es war ein Fehler. Eigentlich alles, was, ähm, erstens mal gegen das Gesetz verstößt und wie, ja, gut, äh, jetzt mal abgesehen von leicht zu schnell fahren, ähm, falsch zu parken, ähm, gibt bestimmt noch einige andere Punkte. Ja, absolutes No-Go ist Ladendiebstahl oder so, körperliche Verletzungen oder Gewalttaten gegen andere Menschen, Rassismus, das ist, gehört dazu auf alle Fälle No-Go. Jeder Mensch ist gleich bei mir und das ist unabhängig von der Kultur und Religion des einzelnen Personen. Äh, Gewaltdelikte, Diebstähle, Einbruch, solche Sachen, das sind alles No-Gos für mich. Also, man kann eigentlich sagen, bei allem, was man so moralisch verwerflich ist, absolut, nein, nicht nur was absolut, nicht nur das, was absolut verwerflich ist, sondern sobald es daran geht, wenn es moralisch verwerflich ist, dann, das sind No-Gos für mich. Von solchen Menschen distanziere ich mich dann auch ganz knallhart. Was war das Merkwürdigste, was du je gesehen hast? Ähm, das Merkwürdigste, was ich wirklich je in meinem Leben gesehen habe und, ähm, das hat eigentlich einer meiner Hunde zustande gebracht. Wir haben so einen Mini-Apfelbaum. Man hat sich immer gewundert, warum sind dort oben keine Äpfel? Keine Äpfel. Sie, eine Landseherin, ja, Landseherin, ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, eine, äh, Neufundländerin, unter Kategorie Landseherin, hat sich gerne auf ihre Hinterbeide gestellt und ist dann wie so ein, äh, Mensch, so ein bisschen immer nach oben gesprungen, um auch an die Äpfel ranzukommen, die sie nicht, äh, so bekommt und hat damit eigentlich immer diesen Apfelbaum leer geräumt. Das war, also, ich hab sowas wirklich noch nie gesehen, wie, wie intelligente Tiere werden können. Ja, die kommen da einfach so nicht rauf, die kommen einfach auf die Hinterbeine und noch so ein bisschen springen, um auch wirklich an den höchsten Apfel noch zu kommen. Oh mein Gott. Also, mua. Was war das Merkwürdigste, was du je gemacht hast? Ähm. Was war das Merkwürdigste, was ich je gemacht habe, bei dem ich mich nachher gefragt habe, what the fuck, was hast du da wieder gemacht, du Depp? Ähm. Äh. Also, da gibt's bestimmt ein paar Dinge, ja, so zum Beispiel mit Sprühdosen mein Auto angemalt, weil ich's cool fand, das Auto sah total scheiße aus danach, weil ich's auch noch in meiner Garage gemacht habe. Ähm. Ich bin auch am überlegen, was war das Merkwürdigste, was ich je gemacht habe? Ich glaub, das dürfte eigentlich so das Merkwürdigste gewesen sein. Das ist immer wieder so dieses Schwierige. Wär jetzt mein bester Kumpel da, ja? Den, 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 den Kerl, den ich als eigenen Bruder ansehe. Der würde jetzt wahrscheinlich sagen, Matze, äh, bla 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 bla. Das und das und alles. Ja, der würde jetzt tausende Sachen finden. Ich guck grad das Bild an, wo, wo er drauf ist, aber irgendwie, es kommt mir jetzt nicht so in den Sinn. Ich glaub, wirklich das Merkwürdigste, was ich je gemacht hab, ist in meiner Garage zu stehen, mit Farben, Lackfarben aus der Dose, aus einer Meter Entfernung, mein Auto zu besprühen. Mein erstes Auto, muss man wohlgemerkt dazu sagen. Ha, ja, ja, ich glaube, das dürfte's gewesen sein. Gut, äh, dann gehen wir mal zum nächsten Baum vom Werten, Kevin Sheffield, über. Und zwar betrifft das jetzt die Let's Plays-Angelegenheit. Hast du vor, irgendwann, irgendwann mal, Stronghold zu Let's Playen? Äh, ich weiß es nicht. Ich tu mir da so ein bisschen schwer. Ich orientier mich immer wieder da, ein bisschen danach, was Utwin macht, und will ihm dann da eigentlich nicht, äh, ja, was heißt denn die Suppe spucken? Mein Gott, ähm, hallo, den Stronghold-Gott selber, äh, werd ich nicht schlagen können, um Gottes Willen. Nein, darum geht's mir aber auch nicht. Irgendwie versuch ich dann schon immer ein anderes Programm zu machen, wie jetzt Utwin hat. Auf der anderen Seite dürfte so ein Vergleich mal gar nicht so schlecht sein, wobei, ein Stronghold dürfte ich nie rankommen bei ihm. Äh, ich hatte allerdings auch noch nicht den Gedanken, Stronghold zu machen. Bei Stronghold Crusaders 2 mal schauen. Aber, das normale Stronghold, ich mein, ich hab ja sein Let's Play letzten Endes gebraucht, um meine eigene Spielart und Weise dazu anzupassen, dass ich auch dort immer ganz gut durchgekommen bin, weil ich früher einfach enorme Probleme gehabt habe. Von daher wär das dann kein objektives, eigenes Let's Play. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie lange dauert es noch, bis ihr mit der Burg beginnt bei Seven Days to Die? Ja, wir wollen dort mal offenkundig keine allzu große Burg aufbauen. Erstens, weil es recht öde werden könnte, wenn wir nochmal so ein riesen Teil hinbauen. Auf der anderen Seite ist dann wirklich, wir witzeln dort ja vor der Aufnahme und nach der Aufnahme immer wieder ein bisschen rum. Wenn die Updates so weiter kommen, könnte es halt irgendwann wieder sein, dass man wieder gezwungenermaßen neu anfangen muss und ich denke, es wäre ein super Kompromiss, wenn wir mit der Burg richtig groß warten, bis die Beta draußen ist. Ja, und dann hat man da zumindestens, naja, nicht die Garantie, dass dort nicht schon wieder irgendwas ist, dass man wieder neu anfangen muss, aber dann hätte man zumindestens schon mal soweit die Sicherheit zu sagen, okay, wenn alles normal verläuft beim Programmieren, können wir diese Burg von Anfang bis zum Ende behalten. Okay. Wie bist du darauf gekommen, Let's Plays zu machen? Und wenn man schuld, wirst du eines Tages auch Horrorspiele Let's Playen? Und wenn es dann schuld, dass ich es nicht machen werde. Und wenn es doch mal bei, also, ich müsste mal das Video raussuchen, damit ich das vielleicht dann auch eher erklären könnte. Oder dass ihr das seht. Aber der werte Kollege Udwin ist bei Dead Space 1 durch die Gegend gerannt und hat ja dann so dieses Stampf gehabt. Ja, also über den Fuß zutreten, um das kaputt zu machen und hier kaputt zu machen. Und ich bin bei Dead Space 2 tatsächlich 75% des Spiels so durchgerannt, dass ich immer alles zertreten habe. Und sei es diese Aliens, die dort angekommen sind, nee, Aliens oder Horrorfiguren, wo da angekommen sind. Und irgendwie hat mir das diesen Horror Fable genommen, weil ich hatte es eigentlich wirklich mal vor, das Spiel bei Tiefster Nacht zu spielen und den absoluten Grusel-Effekt. Aber irgendwie, irgendwie, nein, es hat nicht mehr geklappt. Nein, zumal ich Horror-Spiele auch nicht ganz so sehr mag. Allgemein, das Genre Horror ist mir da ein bisschen zuwider, also jetzt mal davon abgesehen. Ob es eines Tages mal kommen wird, kann ich so allerdings jetzt auch nicht sagen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Spiel, was mich richtig flasht, wo ich sage, oh ja, das machst du, aber dazu dann wirklich mit Facecam und allerdings geplant ist da eigentlich nicht wirklich was. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Musik. Bist du musikalisch? Ähm, wenn ich singe, erschießen sich die Katzen in der Nachbarschaft. Frage beantwortet? Sehr schön. Welche Musik-Genres hörst du gerne? Elektro. Trance House Dance, leichten Techno, es muss nicht unbedingt diesen Hardcore sein, ähm, geht allerdings auch mal, so ist es nicht. Pop höre ich dann noch sehr gerne, auch nebenher, muss ich sagen, und Spielemusik. Hm, ich weiß nicht, wie das Genre jetzt dort richtig heißt, mir wurde es erst letztens gesagt, man hatte die Diskussion nämlich lustigerweise mal bei Skype. Ja, Spielemusik, allerdings nur die guten. Ja, Alarmstu, äh, Command & Konga, Mass Effect und wie sie alle so heißen, herrlich, ich liebe sie. Welche sind abstoßend? Abstoßend klingt jetzt so hart, also welche ich nicht mag, ist, also für normal, Klassik, damit kann man mich jagen, ja. außer ich muss mich beruhigen, dann höre ich mir da mal gerne was an. Ähm, diesen Hardcore Metal, wenn sie Gitarren irgendwie durch die Gegend prügeln und anfangen dann so rumzuschreien und zu krokilen, also, äh, nee, geht gar nicht. Und dann ist es, ich sag mal so, diesen, ja, deutscher Hip-Hop, das wäre jetzt zu böse, wenn ich das sagen würde, aber wenn's dann so, diese ganzen alten Lieder von Bushido oder so, das hab ich, boah, nee, m-m, boah, das geht gar nicht. Gut, der Lieblings-Solo-Künstler, ähm, früher war's mal die Haselnuss, mittlerweile gibt's das eigentlich nicht mehr, also, David Hasselhoff, das war so, als ich als kleiner Bub so durch die Gegend gerannt hat, mein absoluter Lieblings-Solo-Künstler. Mittlerweile gibt's das so in diesem Sinne eigentlich nicht mehr, weil ich viele verschiedene Sänger oder Sängerinnen verfolge und so einen absoluten Liebling hab ich in der Richtung gar nicht mehr. Lieblingsgruppe-Band, ähm, das ist eigentlich fast dasselbe, meine, zu meinen Lieblingsgruppen ziemlich weit oben gehört die erste allgemeine Verunsicherung, damit bin ich groß geworden, ich mag die, ich hab auch alle Alben, von denen ich finde genial, also, die EAV haben sehr gute Lieder, die mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen und ansonsten, ja, also, ich bin eigentlich einer, ich mach's Radio an und höre da eigentlich fast alles, was drin kommt, aber so jetzt absolute Lieblingsgruppe-Band in dem Sinne eher weniger, also, es gibt Gruppen, da höre ich mir die Lieder auf jeden Fall an, aber es kann dann auch mal sein, wenn da ein Lied rauskommt, was mir überhaupt nicht gefällt, jetzt wie bei, ähm, den Toten Hosen-Tage, wie diese, äh, nee, nee, da schalte ich dann freiwillig ab, ansonsten höre ich die Toten Hosen eigentlich wirklich liebend gerne, gehören auch zu meinen Lieblingsgruppen. Dann, die wichtigste Frage, wann fliegst du in den Urlaub und habt ihr eine Anlage? Äh, ja, ich fliege in den Urlaub und ich habe sogar drei Alarmanlage, wenn ja, welche, Barney, Bippo und Balou und vor allen Dingen von Balou würde ich mir aufpassen, weil wenn der auf einen drauf springt, ne, oh weia, oh weia, da bist du platt, ne, der macht dich also, der macht dich mal so richtig platt, also nicht nur so halbplatt, nein, der macht dich richtig platt, ne, dieser kleine, propere, Worneproppen, äh, wobei, wenn du ein Leckerli dabei hast, habe ich ein Problem, mh, äh, also von daher sage ich dann lieber doch nicht, wann ich in den Urlaub fliege, aber geplant ist es, Standardland, Irland, wunderschön dort, kann ich nur empfehlen, dann der Günther L.P. Herbert L.P., ich glaube, es sollte einfach nur Günther Herbert heißen, wie heißt du eigentlich im Real Life? Im Real Life heiße ich eigentlich Matthias. Ja, das war mal die einfachste Frage von allem, der werte Chaos Crusher, äh, ja, Fragen kann er hier jetzt keine stellen, weil normalerweise alles irgendwie im Skype dann immer geklärt wird, mit ihm hatte ich auch letztens diese Diskussion dann halt wegen den Musikchores, ich wusste nicht, dass die der Kevin Chevelle auch schon gestellt hat, ansonsten hätte ich die jetzt hier noch beantwortet. Der Udwin, was er mich schon immer mal fragen wollte, wie ist eigentlich die Entstehungsgeschichte des Universums? Ähm, ja, also, da gab es mal Papa Neutron und Mama Elektron und die haben sich so richtig gekracht, also da, da, das war mal eine Explosion, ja, und dann ist das Universum rausgekommen. Ach, so einfach war das, war nämlich eine Fangfrage mit dem Universum, Wurdwin, ich wusste, dass du ihm die mir stellst. Kevin Chevelle, eine Frage habe ich noch, rot oder doch, eher gelb, wobei grün auch noch als Antwort okay wäre. Ich sag's mal so, Mathematik ist für mich, wenn zwei Kamele da sind, eins davon ist Lilla, was wiegt dann der Sand in der Nacht? Ich weiß, eine Frage sollte man niemals mit einer Gegenfrage beantworten, aber wenn ich darauf eine Antwort bekomme, bekommst du auch eine Antwort auf meine Frage. Weil das eigentlich einmal meine Frage war. Eigentlich sind das beides meine Fragen. Jetzt haben wir einen Paradoxon geschaffen. Oh nein, oh Gott, nein! Und der Mega Miner, kannst du mal ein Minecraft Let's Play machen? Äh, nö. Also, Minecraft Vanilla absolut totales Mega hoch 10, nö. Und Minecraft Feed the Beast, ich habe erst letztens mal wieder nachgeschaut, wegen den ganzen Mod-Paketen, die es dabei gibt. Da ist ja ein absoluter Stillstand da, da geht ja gar nichts mehr voran. Ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel Factorio und Space Engineers und ich muss einfach sagen, die machen tausendfach mehr Spaß. Also da könnte ich mir dann eher vorstellen, eines dieser beiden Spiele zu Let's Playen. Minecraft, also Vanilla wirklich nö. Absolut totales nö. Ähm, Feed the Beast, wenn mal ein Mod-Paket herauskommt, das mich absolut fasziniert, machbar, möglich, denkbar, aber ansonsten auch eher schwierig, nee. Lieber Factorio oder Space Engineers. Da würde ich mich mal für begeistern können, wenn die nötige Zeit da ist. Spielst du oder hast du schon mal Age of Empires gespielt? Wenn ja, wie findest du das Spiel? Age of Empires kenne ich, klar, habe ich auch sehr häufig gespielt und das macht sau viel Spaß, ist wirklich super toll, ähm, gehört eigentlich auch so zu einer meiner Lieblingsaufbaustrategiespielen, muss ich einfach mal dazu sagen, ja. Das macht wirklich heidenspaß, kenne ich, absolut, also das ist, ja. Da könnte ich mir mal ein Let's Play unter Umständen zu vorstellen, allerdings, ja, es gibt jede Menge Spiele, wo ich mir mal vorstellen könnte, ein Let's Play zu machen. Zeit ist halt die andere Seite, ne. Die muss man auch dazu natürlich haben. Guuuut, ansonsten, 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 ich gucke gerade doch mal durch, Extreme Yoshi, aber das sehe ich jetzt mal nicht so als Frage an. Hoffentlich kommt ein Let's Play zu New and Tasty. Wolle mich schon auf das Spiel. Ich müsste erst mal googeln, was New and Tasty ist. Mir sagt das gerade nichts, lieber kleiner grüner Dinosaurier, der von einem italienischen Klempen eingeritten wurde. New and Tasty. So, googeln wir doch mal. Ach so, Edgeworld, jetzt. Müsste ich mal überlegen, ja, 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 Apes Odyssey. Das ist eigentlich auch ein Spiel, das kenne ich noch von wirklich früher. Hm, war spaßig, ein Jump'n'Run Spiel. Wäre echt mal eine Überlegung wert, sich das zuzulegen und das zu machen. Why not? Gut, 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 gut. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich, wirklich. Ich schaue gerade noch mal nach. Ähm, bitte das da hier aufmachen und hier mal die Pause reinmachen. Da, 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 da. Ansonsten dröhnen gleich die Boxen, das wäre es dann vor der Kanne. So, ach ne, geht ja gar nicht, ich habe die Kopfhörer drin. Ne, ansonsten, das war es, tatsächlich. Wow. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ich alles soweit zu eurer Zufriedenheit beantworten habe können. Und, ja, nochmals vielen, 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 vielen herzlichen Dank für 500 Abonnenten. Sind hier jetzt weitaus mehr? Naja, 520, es sind mehr, es sind weitaus mehr. Und ich freue mich nämlich über jeden, jeden Einzelnen. Auf jeden Fall. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ich Feedback hier drunter finden würde und wenn es euch gefallen hat, lasst doch auch mal einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, Tschüss.